Ein spannender Gast und eine sehr spannende Stunde wartet auf uns mit dem Kabarettisten, Schauspieler, Autor und Musiker Serdar Sumuncu. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Sumuncu, wenn Sie sich ein Wort wünschen dürfen, das Sie im Zusammenhang mit Ihrer Person nie mehr hören oder lesen wollen, welches ist das? Gibt's keins. Sie können alles sagen. Ich kann dann entscheiden, ob das im Zusammenhang mir gefällt oder nicht. Aber prinzipiell gibt's da nichts. Okay. Weil so im Vorfeld habe ich ein bisschen wahrgenommen, Sie sind jemand, der sich extrem gegen Schubladen wehrt? Ja, kann man so sagen. Gegen Schubladen extrem, weiß ich nicht, aber gegen Schubladen wehrt, ja. Und gegen Formulierung, wie Sie jetzt merken auch. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Formulierung Ihnen geben würde, wie der Vorzeigetürke das Vorbild für perfekte Integration. Ja, dann was soll ich dazu sagen? Dann kann ich nur die Nase rümpfen und sagen, das ist ja schrecklich formuliert. Aber Sie können es gerne formulieren und ich kann gerne meinen Senf dazu geben. Ja, ich wollte das gerade nur mal austesten. Aber verbieten kann ich es nicht. Also das wäre ein Schritt zu viel. Ich wünschte mir, ich könnte manchmal Dinge verbieten, aber ich kann es nicht. Was würden Sie verbieten, wenn Sie es durften? Dummheit. Dummheit. Hat aber nichts mit dem Zusammenhang von eben zu tun. Da wäre ich dabei. Also wenn das ginge, toll. Wie gefährdet sind Sie und Ihr Leben im Moment? Sie sind derzeit mit dem Programm H2 Universe, die Machtergreifung unterwegs und der Hasias. Das wäre schön, wenn ich das wüsste. Ich glaube, weniger als sonst, weil ich jetzt nicht so viel im Fokus war die letzten Wochen. Aber immer ein bisschen. Wenn Sie auf meine Facebook-Seite gehen beispielsweise oder sich mal die Sachen anschauen, die von mir im Netz existieren, dann können Sie darunter in den Kommentaren immer erkennen, dass das sehr kontrovers besprochen wird. Und heutzutage reicht es ja nicht, wenn man die Möglichkeit wahrnimmt, seine Meinung kundzutun, sondern man muss ja auch gleich sich auch selbst markieren als besonders. Und deswegen stehen da auch sehr viele Beschimpfungen. Manchmal sehr kreative Beschimpfungen, aber auch eben sehr leidige Dinge drin. Es ist natürlich schwer zu sagen, wie aus so einer Beschimpfung dann eine Energie entsteht, jemanden wirklich zu bedrohen. Aber ich würde mal sagen, im normalen Mittelmaß ist es im Moment. Wenn man so einen krassen Weg gewählt hat wie Sie und wirklich auch polarisieren will, inwieweit gehen einem Beschimpfungen oder solche Sachen nahe? Da muss ich direkt einhaken. Polarisieren will, stimmt nicht. Das ist eine der Schubladen, gegen die ich mich wirklich immer wehre. Viele denken, ich würde es darauf anlegen und provozieren, damit ich eine Reaktion bekomme. Aber ich korrigiere immer wieder und sage, nein, die Provokation liegt eher in der Wahrnehmung der Zuschauer und ist sehr unterschiedlich und sehr variabel. Ich könnte das gar nicht berechnen, selbst wenn ich es darauf angelegt hätte. Es passiert natürlich, weil die Themen, die ich bespreche, sehr radikal, sehr unterschiedlich radikal sind und sich dadurch natürlich viele Leute angesprochen, angeregt, manchmal auch aufgeregt fühlen. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Ja, ja, ja. Ich überlege jetzt bloß gerade neben mir, wenn Sie sagen, ich will nicht provozieren. Was würde passieren, wenn Sie so wie Sie auftreten, ja, da unten im Publikum haben, das reingeht und dann wieder rausgeht und es passiert nichts? Das wäre wahrscheinlich langweilig, aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass ich provozieren will. Ich würde eher sagen, ich will bewegen. Ich finde diese Gelegenheit, die man hat, wenn man sich trifft, zwei Stunden im Theater einmalig. Und das, was die Zuschauer mitbringen, ist genauso wichtig und ich respektiere das wie das, was ich mitbringe. Und wenn dann ein Austausch stattfindet, sei es dadurch, dass Leute anderer Meinung sind, aber es kann auch sein, dass sie sich bestätigt fühlen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich finde, es vergehen viel zu viele Stunden im Theater, vor dem Fernseher, im Kino, ohne dass Menschen bewegt werden. Viele Stunden vergehen dadurch, dass Menschen sich einfach nur für einen Augenblick nicht spüren. Das mag ja auch seinen Vorteil haben, soll ja auch Ablenkung und Unterhaltung sein, aber das ist nicht mein Job. Ich bin kein Unterhaltungskünstler, ich bin auch kein Entertainer, der Leuten Zeit vertreibt, sondern ich bin jemand, der sich Gedanken macht und ich erwarte auch, dass die Zuschauer sich Gedanken machen. Was sind Sie denn? Sie nennen sich selber der erste Radikalkomedien. Das habe ich auch nie gesagt, aber nicht schlimm. Das ist ja normal heutzutage, dass sich Dinge vervielfältigen und dann immer ein Stückchen mehr dazu kommt. Und ich bin nach wie vor das, was ich immer war, ein Künstler, der die schönen Möglichkeiten hat, sich auf unterschiedlichen Ebenen auszudrücken. Wie viel echter Serdar, so Mundschuh steckt da in Ihnen, wenn Sie sich so da in Ihren Hass hinein projizieren auf der Bühne? Da steckt tatsächlich sehr viel auch von mir drin. Ich möchte das gar nicht bestreiten, ich will mich auch nicht davon distanzieren, indem ich dann sozusagen die Rolle vorschiebe und sage, das bin ich gar nicht, das ist alles die Rolle. Aber es ist eine vergrößerte Facette von mir selbst. Natürlich muss ich diese Gefühle kennen. Ich kann ja nicht einen wütenden Menschen spielen, wenn ich selbst nie wütend war. Aber ob ich das privat auch so tun würde, mich so aufzuregen, so drastisch und so platt manchmal, das ist ja auch das Wichtige an der Persiflage, dass sie manchmal platt und drastisch ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Wie gehen die Menschen auf Sie zu? Jetzt mal frei von Familienmitgliedern oder Freunden. Also ist, wenn man so auftritt auf der Bühne wie Sie, auch die Hemmschwelle größer an jemanden wie Sie heranzutreten? Ich glaube ja. Ich merke das immer, wenn Leute mich ansprechen, dass sie dann denken, ich würde jetzt gleich rumschreien. Das ist tatsächlich so. Also fast ehrfürchtig schon ist das manchmal. Im Großen und Ganzen aber sehr freundlich. Also im Gegensatz zu diesen Reaktionen, von denen ich Ihnen eben berichtet habe im Internet, die sehr drastisch sind, sind die Menschen, die mich dann auf der Straße ansprechen, unheimlich freundlich. Obwohl mir das unangenehm ist. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht gerne fotografiert werden, weil ich nicht weiß, wo diese Bilder landen. Und weil ich es auch total persönlich finde, wenn ich irgendwo rumlaufe, man weiß ja nicht, woher komme ich gerade. Bin ich gerade aufgestanden? Ist jemand gestorben? Bin ich krank? Habe ich eine Diagnose bekommen, dass ich krank werde? Und dann kommt jemand und will mich verewigen auf seinem Gerät. Und ich weiß nicht, wohin er mit diesem Bild geht. Und dann sage ich oft schon sehr freundlich auch, nein, tut mir leid, ein Bild nicht. Aber ich gebe jemandem, naja, gut, muss ich mich wieder korrigieren. Auch nicht so gern die Hand. Man weiß ja nicht, wo die vorher war. Aber ich versuche freundlich, aber bestimmt zu sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, die Sie auf der Straße ansprechen. Doch, erstaunlich. Finde ich auch. Naja, also Sie verstehen das hoffentlich, wie ich das gerade gemeint habe. Nein, ich verstehe das genau. Ich verstehe es gut, weil ich bin nämlich selbst auch jemand, der sich fragt, wie kann man eigentlich einen Fremden ansprechen, selbst wenn ich ihn aus dem Fernsehen kenne. Ich habe mich das nie getraut. Ich habe irgendwann mal Harald Schmidt getroffen am Flughafen. und obwohl ich davon ausgehen konnte, dass er mich kennt, habe ich es nicht hingekriegt, irgendwie zu sagen, hallo, ich bin der und der, ich kenne Sie. Also ich mache mir da immer in die Hose. Gibt es Autogrammkarten von Ihnen? Nein. Das dachte ich mir. Es gibt auch keine Visitenkarten von mir. Warum keine Visitenkarten? Also Autogrammkarten verstehe ich. Warum keine Visitenkarten? Ich weiß nicht. Ich habe das so behalten. Ich dachte schon früher so, naja, was heißt früher, irgendwann mit 20, 25, fand ich, war das so ein Accessoire für so Business-Fatzkes, die einen auf dicke Hose machen wollten. Guck mal hier, ich habe eine Visitenkarte, am besten noch aufklappbar oder vorne leer und hinten steht erst alles drauf und dann so eine Liste von Nummern. Telefonnummer, Telex gab es ja früher noch und das fand ich immer ein bisschen prollig, fand ich ein bisschen Overstatement, um mal ein neues Wort zu kreieren. Ich finde es eigentlich viel cooler, wenn man Lust hat, jemandem etwas zu geben an Daten, dass man es aufschreibt. Dann sieht er gleich auch, was man für eine Handschrift hat oder dann ist es auch persönlicher und deswegen habe ich nie eine Visitenkarte gehabt. Ich nehme auch keine Visitenkarten. Ich finde, das hat immer was zu verbindliches. Ja, was Billiges. Ist auch verbindlich, finde ich. Ich will manchmal die Visitenkarte gar nicht. Ich möchte selber entscheiden. Ich komme noch mal kurz zu den Menschen zurück. Ich bin ganz schön renitent, denke ich gerade. Ich sage jetzt mal ein paar positive Dinge auf die nächsten Fragen, die Sie antworten. Da bin ich sehr gespannt. Ich mag Blumen. Essen Sie die oder schauen Sie sich die nur an? Nee, Sie haben ein falsches Bild von mir, merke ich. Nee, 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 ich gieße die. Wirklich? Ja, ich pflege die. Das ist sehr schön. Haben Sie einen grünen Daumen? Nee, aber Sie kommen mir gerade auch vor wie eine Blume, die ich noch ein bisschen pflegen muss, bis sie eine Blüte gibt. Solange Sie nicht sagen, ich komme Ihnen vor wie ein Kaktus, ist das völlig in Ordnung. Nee, das bin ich. Der Kaktus bin ich. Die haben aber auch zum Teil sehr, sehr schöne Blüten dran, die Kakteen. Ja, und sind Überlebenskünstler. Absolut. Und manchmal eben ein bisschen stachelig. Manchmal ja, aber mit Grund. Natürlich. Wenn wir mal ein paar Schritte zurückgehen und Sie angucken, mit zwei Jahren sind Sie nach Deutschland gekommen mit Ihren Eltern. Waren Sie schon an der Renitenz als Kind oder sind Sie da erst später hingekommen? Nee, ich war ein sehr liebes Kind. Ich habe das mit meiner Mutter noch besprochen vor einiger Zeit. Die sagte, ich wäre ein ungewöhnlich liebes Kind gewesen. Ruhig. Es gibt eine Episode aus meinem Leben, da hat meine Mutter mich vergessen, also im Zimmer vergessen. Ich saß da, ich hatte so einen roten Plastikdelfin, mit dem ich immer gespielt habe. Und sie hat auf dem Herd stand, einen Topf mit Milch und musste kurz raus. Und dann ist die Tür zugeschnappt und ich saß drin. Und das gab eine Riesenpanik, natürlich, weil sie Angst hatte, dass die Milch überläuft. Und sie hat dann jemanden geholt, einen Nachbarn, der eine Tür aufmachen konnte. Und nach, ich glaube, einer halben Stunde oder so, saß ich da ganz ruhig und zufrieden und spielte noch mit meinem Plastikdelfin. Also ein sehr ruhiges Kind war ich. Wann haben Sie gemerkt, dass es zwischen Ihnen und Ihren deutschen Mitschülern oder wie auch immer Unterschiede gibt? Das war der Einschulungstag zur Grundschule. Wir sollten, oder ich fange mal anders an, es gibt in meiner Heimatstadt, das ist eine kleine Stadt in der Nähe, im Rheinland Neuss, gibt es unterschiedliche Schulen, evangelische, katholische, ich glaube mittlerweile auch konfessionslose. Und man wurde nach Stadtteil eingeteilt. Und ich also automatisch in die katholische Grundschule. Und an diesem Tag sind wir da alle hin und wussten gar nicht, was das heißt. Ich hatte keine Ahnung, was der Unterschied zwischen evangelischen und katholischen ist. Und hatte meine Schultüte dabei, war also wirklich happy, mit einem roten Ranzen auch. Und dann kam ein Lehrer, der gesagt hat, du, 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 ihr müsst mal zur Seite, ihr kommt später erst dran. Und die anderen verschwanden dann immer mit den ihnen zugeteilten Lehrern. Und am Ende kam dann dieser Direktor, das stellte sich später raus und sagte, ihr vier, und wir waren alle dunkelhaarig, also alle Ausländer, ihr kommt in eine eigene Klasse, weil ihr seid nicht von hier und da könnt ihr unter euch sein und eure eigene Sprache sprechen etc. Und das fand mein Vater ganz schrecklich. Der hat sich da tierisch drüber aufgeregt, ist dann dem Direktor an den Hals, hat gesagt, also entweder mein Sohn geht mit allen anderen in eine Klasse oder wir verlassen diese Schule. Und dann gab es einen kleinen Eklat. Ich bin mit meiner frisch gepackten Schultüte und dem Ranzen weggezogen worden sozusagen und musste eine Woche lang erstmal zu Hause warten, weil meine Eltern nachverhandelt haben, ob ich nicht auf eine andere Schule gehen kann. Und ich bin dann tatsächlich auf die evangelische Grundschule gegangen. Sie haben diesen Teil mit Du, Du und Du, ihr kommt in eine extra Klasse, auch in ihrem Programm verwendet und haben es umgedreht und haben dann gesagt, das war für uns eigentlich cool, weil, weißt du, guckst, du kriegen vier Türken eigene Klasse. Ja, das habe ich als Kind gedacht. Haben Sie es wirklich gedacht? Ja, das habe ich wirklich gedacht. Ich habe das nicht verstanden. Man weiß ja als Kind nicht, was das bedeutet, Ausländer zu sein. Man spürt das vielleicht, aber man kann das nicht formulieren. Und der erste Gedanke war wirklich, dass ich dachte, oh, das ist ja schön, dass wir eine eigene Klasse kriegen und dann auch noch mit so ähnlichen Typen wie ich. Das kann ja gut werden. Aber das hat sich schnell erledigt, weil ich an der Reaktion meiner Eltern gemerkt habe, dass es doch nicht so gut war. Man spürt das als Kind nicht. Wann fängt man an zu spüren, dass da was anderes ist? Ich glaube, das merkt man, sobald man sprechen, also richtig sprechen kann, sobald man rhetorisch sein kann. Denn ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich in Deutschland viel Ausländerfeindlichkeit erfahren habe. Das ist eher in den letzten Jahren mehr geworden als zu meiner Kindheit. Aber es gab schon so Standardfloskeln, die gibt es auch heute noch, wie geh doch dahin, wo du hergekommen bist, die mir immer deutlich gemacht haben, dass irgendwas nicht stimmt. Oder wenn Eltern meiner Freundinnen, Freundinnen vor allem gesagt haben, nee, das geht nicht, das ist einer, der ist nicht von hier. Dann habe ich gemerkt, naja, da stimmt irgendwas nicht. Was macht das? Wut? Trauer? Verzweiflung? Enttäuschung. Das enttäuscht einen vor allem. Weil ich jemand bin, ich glaube sehr an das, was wir in Deutschland haben und bin ein glühender Anhänger dieser Vielfalt auch, die wir hier gerade leben. Ich bin auch der Meinung, dass man das nicht ausnutzen darf. Vielfalt heißt nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und sagt, ich will aber besonders sein, sondern Vielfalt heißt, dass man sich arrangieren muss. Und das mag ich hier. Und ich finde, jeder hat die gleiche Chance verdient, diese Vielfalt zu nutzen, auch Teil dieser Vielfalt zu sein, so wie jeder auch die Pflicht hat, seinen Beitrag dazu zu leisten, dass man hier organisiert leben kann. Und deswegen enttäuscht mich das immer, wenn ich Menschen kennenlerne, die einfältig sind, die sagen, wir wollen wieder zurück zu einem einfachen Deutschlandbegriff oder Deutschland muss aber so oder so sein. Deutschland muss gar nichts. Deutschland kann ganz viel. Und die Menschen, die hier leben, die haben auch Lust darauf. So spüre ich das jedenfalls in den letzten Jahren, die Mehrheit der Menschen, die hier leben. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie sagen, die deutsche und türkische Kultur sind sich gar nicht so unähnlich. Die sind sich total ähnlich. Das ist ein Missverständnis, dass natürlich Menschen, die in der Türkei nie gelebt haben und die Türkei aus dem Fernsehen kennen, denken, da würden alle mit Kopftuch rumlaufen, kein Schweinefleisch essen, kein Alkohol trinken und so weiter und so fort. Die Türkei ist ja sehr europäisch mittlerweile. Und das, was wir von der Türkei kennen, wenn wir nie da waren, das sind Klischeebilder, so wie wir wahrscheinlich auch, oder ich beispielsweise auch nicht weiß, wie es in Afrika ist. Ob Akra zum Beispiel eine ganz normale Stadt ist oder ob da Leute maniokstampfend auf der Straße sitzen. Das sind Bilder, die hat man sich so angeeignet und es ist schwer, sich davon zu lösen. Aber ich sage immer wieder, wenn ich gefragt werde, es gibt für mich sehr wenig Unterschiede zwischen der Türkei und Deutschland. Was sind die kleinen Unterschiede? Die kleinen Unterschiede sind sehr komplex zu erklären. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, das gebe ich immer gerne. In der Türkei will man gefragt werden, damit man Nein sagen kann. Das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland, Deutsche sind direkter. Deutsche sagen, wenn ich Nein sagen will, dann sage ich Nein. Wenn ich Ja sagen will, sage ich Ja. In der Türkei muss der Gefragte die Gelegenheit haben, beides sagen zu können und er entscheidet sich aus Höflichkeit, Sie merken schon, wie komplex das ist, Nein zu sagen, weil er im schlimmsten Fall sogar erwartet, dass er überzeugt wird, Ja sagen zu müssen. Ich mache es mal einfacher. Ich bin gerade ausgestiegen. Sie gehen zu jemandem, der fragt Sie, möchten Sie was trinken? Was würden Sie sagen? Sie würden sagen, habe ich Durst? Ja, nein. Sie würden nach Gefühl entscheiden. In der Türkei dürften Sie nicht Ja sagen. Das wäre unhöflich. Sie müssen Nein sagen. Dann wird der Gastgeber sagen, ja, aber bitte, also einmal in zwei Wochen kommst du hier hin und dann trinkst du nichts. Also schon ein überzeugendes Argument. Dann müssten Sie noch was erfinden und sagen, ja, ich habe gerade so viel getrunken, und außerdem habe ich eine schwache Blase. Dann würde er sagen, wenn du jetzt nichts trinkst, dann werde ich sauer. Und dann kann man erst Ja sagen. Okay. Ich habe einen sehr netten Menschen, mit dem ich Physiotherapie mache. Und der sagte mir neulich, hör mal, ich muss dich mal was fragen. Er ist Deutscher. Er sagte, mein Sohn hat einen türkischen Freund. Und neulich wollte der Freund uns besuchen und dann klingelte es an der Tür und da stand er dann. Und dann bin ich raus und dann sah ich aber seinen Vater um die Ecke stehen und habe mich gewundert, warum der Vater nicht seinen Sohn bis zu unserer Tür bringt. Also für ihn wirklich wie ein Verhalten von Außerirdischen. Und ich habe sofort gewusst, ja klar, weil wenn der Vater sichtbar wäre, dann würde er meinen Freund dazu zwingen, ihn einzuladen. Also war das Höflichkeit, dass er sich im Hintergrund gehalten hat, damit der Freund nicht in Verlegenheit kommt, ihn einladen zu müssen. Aber so weit um die Ecke gedacht, das ist so, als Deutscher oder als Außenstehender, der nicht diese Sitten kennt, denkt man, meine Güte, wie kompliziert. Wann war Ihnen klar, ich bin so eher ein Künstler, ein Kreativer und kann keinen 9-to-5-Job machen? Wann ging das los? Sofort, ich wusste es sofort. Als ich aus meiner Mutter geschlüpft bin. Ja, ziemlich bald danach. Also man erzählt heute noch von diesem ruhigen Kind, das mit seinem Delfin spielte, das eines Tages dann sehr, ja fast fanatisch und überzeugt gesagt hat, ich werde auf alle Fälle Musiker werden. Mit zehn Jahren ein Stipendium für die Musikschule. Ja, dem geht aber eine Leidensgeschichte voraus. Darf ich dir erzählen? Okay, unbedingt. Das Ziel war eben, Musiker zu werden oder Künstler zu sein, sich in irgendeiner Form kreativ auszudrücken. Und zu meiner Zeit war es so, dass auf den Schulen es die musikalische Grundausbildung gab. Die Kinder mussten lächerliche Dinge tun, damit sie die Zugangsberechtigung zur Musikschule bekamen. Lächerliche Dinge waren zum Beispiel Blockflötespielen. Das ist so für einen Jungen in meinem Alter damals das mieseste gewesen, was es gibt. Blockflötespielen. Also ich kann Sie beruhigen, es war auch für die Mädchen in diesem Alter, das Grauen. Ja, im Jugendjargon würde man sagen, das war schwule Scheiße. Okay. So, und ich wollte natürlich Schlagzeug spielen. Ich wollte Musik machen und nicht Blockflöte spielen, was soll das? Und dann hieß es, okay, der hat das nicht gemacht, denn ich hatte mich geweigert, Blockflöte zu spielen und in diese Grundausbildung zu gehen. Mir fehlten also die Jahre sechs bis zehn und ich durfte nicht auf die Musikschule. Ganz einfach. Die Musikschule hat gesagt, ohne Grundausbildung geht hier gar nichts. Dann hatte ich aber einen sehr guten Musiklehrer auf der Schule, der hatte eine Art, uns zu unterrichten, das werde ich nie vergessen. Der hat immer gesagt, geht hinten in den Raum, holt alle Instrumente raus und dann könnt ihr zwei Stunden spielen, was ihr wollt. Und dann haben wir zwei Stunden um unser Leben gespielt. Also man kann sich das nicht vorstellen, wenn ich mir das heute vorstelle, dieser Lehrer muss ein unglaublich ruhiger Typ gewesen sein. Und ich habe immer Schlagzeug gespielt und eines Tages am Ende einer Stunde habe ich nicht mehr aufgehört. Ich habe mich in Trance gespielt. Also ich habe so rumgeballert auf dieser Kiste, weil ich natürlich auch wusste, ich habe keine Gelegenheit sonst. Ich darf ja nicht zur Musikschule, ich muss sonst diese Blockflötenstrafe in Kauf nehmen. Dass der Lehrer gesagt hat, hör mal, bleib du mal hier, ich muss mit dir mal reden. Wir haben da ein ernsthaftes Problem, du musst unbedingt Musikunterricht nehmen, weil so geht das nicht weiter. Ich merke einfach, da hast du ein großes Talent. Ich gebe dir mal eine Nummer und dann hat er mir die Nummer gegeben, da gehst du heute hin und sprichst mit denen. Und dann bin ich zur Musikschule gegangen, das war die Nummer der Musikschule auf dem Zettel und habe den Leiter der Musikschule getroffen. Und der hat gesagt, ja, wir könnten es höchstens versuchen, aber es ist nur noch Platz frei bei Klarinette. Oh, okay. Da habe ich gesagt, no way, Klarinette auch nicht, Schlagzeug oder gar nicht, Arschlecken. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, ich gebe dir eine Chance und zwar kannst du zugucken bei einem Schlagzeuglehrer, der unterrichtet von 14 Uhr bis 19 Uhr jeden Tag im kleinen Musiksaal bei euch. Und da bin ich ein Jahr lang jeden Tag hingegangen, ein Jahr lang jeden Tag und habe immer gesessen in der letzten Reihe und habe mir angehört, was der unterrichtet hat. Und irgendwann hat dieser Typ gedacht, das ist ein Psycho, der hier sitzt und hat gesagt, hör mal, komm mal nach vorne. Und dann bin ich nach vorne und hat mich an die Trommel gesetzt, hat gesagt, spiele einfach mal. Und dann habe ich alles, was ich in diesem Jahr gesehen habe, abgespeichert und komplett rausgespielt. Also ich konnte das, weil ich habe durch Zugucken sozusagen mitgelernt. Und der hat sich sofort dann gemeldet und hat gesagt, hier ist einer der Spinn, der müsste ein Stipendium geben. Das geht so nicht weiter. Und dann habe ich vorgespielt und ein Stipendium bekommen. Den Rest meines Lebens eigentlich, den ich auf der Musikschule war. Schöne Geschichten, aber sehr lang. Das ist der Endezeit gleich vorbei. Wenn ich was will, dann kriege ich es auch? Ja, nee, damit würde ich mich, nee, 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 da wäre ich vorsichtig. Also wenn man was will, dann kriegt man es auch, das stimmt nicht. Wenn man an etwas glaubt, dann kann man es erreichen, aber man muss es nicht. Ich denke in Noten. Wie sieht das aus bei Ihnen? Das ist tatsächlich sehr anstrengend. Ich kann zum Beispiel nie Musik hören, auch zu Hause nicht. Oder ich werde wahnsinnig, wenn ich in der Sauna sitze und da läuft irgendwie so eine Hintergrundmusik. Oder Fitnessstudio, das halte ich nicht eine Sekunde aus. Weil ich die Struktur der Musik immer sehe. Das ist so ein bisschen wie ein Autist eigentlich. Ich sehe dann sofort, wie das alles angeordnet ist. Welche Instrumente da spielen, wer das arrangiert hat, wie das Mischpult eingestellt ist. Und das überfordert dann sozusagen meine Wahrnehmung. Und da muss ich mich dann immer ausklinken. Wie viele Instrumente spielen Sie? Bis auf Streichinstrumente alle, die Sie wollen. Unterschiedlich gut natürlich. Das klingt beeindruckend. Nee, das ist so. Also das wundert immer viele Leute, aber das kommt tatsächlich durch mein musikalisches Gehör. Ich kann auch Sprachen sehr schnell lernen. Ich kann, wenn Sie mir jetzt sagen, lernen Sie Spanisch. Ich habe irgendwann mal Spanisch gelernt. Dann dauert es zwei Wochen, bis ich die Sprache kann. Nicht perfekt. Nicht so, dass ich jetzt einen Vortrag halten könnte. Aber ich kann dann ausschließlich auf Spanisch mich unterhalten. Und das ist mit Instrumenten genauso. Das ist ein Prinzip eigentlich, das man können muss. Man muss das nicht immer wieder von vorne lernen. Und viele Instrumente haben ein ähnliches Prinzip. Die Klaviatur ähnelt zum Beispiel der Anordnung eines Marimba-Fonds. Ich habe ja Schlagzeug studiert und diese Stabinstrumente, nennt man sie, gehören dazu. Und die sind genauso angeordnet wie die Tasten an einem Klavier. Das ist nichts Besonderes. Wenn unser Gespräch ein Musikstück ist, was ist es bisher? Es war lange Zeit eine Overtüre. Jetzt sind wir bei der Fuge angekommen. Und schauen wir mal, wie die Reprise wird. Okay. Und ein gutes Finale hoffentlich. Ja. Ein Feuerwerk wird das Finale, selbstverständlich. Sie reden mit vielen Leuten. Ich weiß gar nicht, ob ich Sie noch begeistern kann. Wahrscheinlich haben Sie viele, viele andere spannende Gäste schon gehabt. Deswegen habe ich immer so ein Gefühl, man kann das nicht toppen. Man kann nur ein Moment sein in so einem Gespräch. Und wir haben einen schönen Moment gerade zusammen. Ich will auch gar nicht toppen. Für mich ist das Wichtige, wie für Sie mit Menschen zusammenzukommen. Jeder Mensch erweitert in welcher Richtung auch immer meinen Horizont. Ja. Und deswegen machen Sie diese Sendung? Ja. Das ist ja interessant. Das ist sozusagen ein bisschen Therapie auch. Ja, ja, ja. Ich bin die Einzige, die sich öffentlich therapieren darf. Und das beim Bayerischen Rundfunk. Toll, ne? Das ist Symptom und Therapie in einem. Na, großartig. Sie haben Musik studiert, das haben Sie ja gerade schon gesagt, Schauspiel und Regie in Maastricht. Da waren Sie zwei Jahre in den Niederlanden. Ja. Was haben Sie da mitgenommen? Ja, ich mag die Niederlande. Es ist ein Land, das ich sehr, sehr mag. Ich war sehr gerne in Maastricht. Es war eine schöne Zeit. Da war ich auch 16. Das war eine sowieso schöne Zeit. Aber ich bin Holland sehr verbunden dadurch, dass ein Teil meiner Familie da lebt und ich schon als Kind immer in Holland viel gewesen bin. Und für mich war das immer ein Traum auch, da mal eine Zeit zu leben. Und in Maastricht habe ich das zwei Jahre getan und das war sehr bereichernd. Und warum sind Sie nicht dort geblieben? Ich konnte nicht. Ich war damals noch ausschließlich türkischer Staatsbürger. Und ich bin schon damals immer gependelt. Es gibt ja einen, oder ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Man darf sich maximal drei Monate in einem Land aufhalten als Ausländer. Danach muss man nochmal raus und kann wieder rein. Also als Touristen-Touristen-Visum. Und das habe ich lange hinbekommen, aber irgendwann klappt es nicht mehr. Da musste ich so viel zum Unterricht, dass man darf da auch nur drei Stunden verpassen insgesamt, dass ich das nicht mehr halten konnte. Und dann habe ich mich bemüht, um einen anderen Studienplatz, habe das Risiko in Kauf genommen, Maastricht abzubrechen. Das war ein großes Risiko, weil es auch ein sehr elitäres Privileg war, dort überhaupt angenommen worden zu sein. Und habe dann aber Gott sei Dank die Aufnahmeprüfung, so das russische Roulette nochmal geschafft. Sie haben eine sehr, sehr schöne Sprache und überprüfen sich auch irgendwie so immer in jedem Satz. Ich habe das Gefühl, Sie sind dann schon am Denken, wie beende ich den Satz besonders schön. Jetzt kriege ich die Therapie auch noch. Ja, ja, klar. Nein, nein, wo die Frage hinlaufen soll. Wo ist Ihre sprachliche Heimat? Das ist eine gute Frage. Die klingt zwar sehr einfach, aber die ist eigentlich sehr wichtig und interessant. Die Emotionssprache ist die türkische. Die Verstandssprache ist die deutsche. Warum ist die Emotionssprache die türkische? Das sind die Erinnerungen. Das ist die früheste kindliche Erinnerung an meine Mutter, an das, was mich im engsten familiären Kreis umgeben hat. Und das ist immer türkisch geblieben, auch heute noch. Wenn ich träume, dann träume ich türkisch. Wenn ich mich aufrege, dann rege ich mich auf türkisch auf. Wenn ich zählen muss, zähle ich auf türkisch. Aber wenn ich was Komplexes erklären muss, dann auf deutsch. Das passt auch zu diesen Mentalitäten irgendwie, finde ich. Die türkische Sprache ist aber blumiger als die deutsche. Oder ist die sehr ähnlich strukturiert? Ne, die ist natürlich ganz anders strukturiert. Ist erstmal eine ganz andere Sprachfamilie. Ist ja eine oral-altaische Sprache, die aus Suffixen besteht. Also man definiert die Fälle durch die Endung. Wenn ich jetzt ein Wort hätte, da könnte ich alles drin verpacken. Wer wir sind, wo wir sind, ob es Ja oder Nein ist. Und dafür müsste ich im deutschen ganzen Satz besprechen. Blumiger ist sie manchmal. Also bildhafter, würde ich sagen. Mir fällt mir jetzt gerade auch wieder was ein, was ich an meiner türkischen Freundin liebe. Es ist für Türken sehr, sehr schwierig, sich den deutschen Artikeln anzunähern. Und sie sagt dann immer, weißt du, es ist mir völlig wurscht, ob das der, die das Tisch ist. Hauptsache du weißt, wo du einen Teller hinstellen sollst. Ja gut, das ist natürlich in jeder Sprache so. Ich habe ja erzählt, ich kann auch in anderen Sprachen mich ausdrücken relativ schnell. Und da kümmere ich mich auch nicht drum, ob der Artikel stimmt oder die Form richtig ist. Da geht es um Kommunikation. Aber ich finde schon, dass wenn man hier lebt und lange hier lebt, man durchaus auch schaffen kann, die deutschen Artikel zu beherrschen. Richtig, ich finde das sehr charmant. Ich nehme meine Freundin in Schutz. Das ist die Übertoleranz der Deutschen. Wahnsinn. Die schlägt da bei Ihnen durch. Sie können von Ihrer Freundin ruhig verlangen, dass sie die Artikel richtig spricht. Naja, aber sie verlangt ja auch nicht von mir, dass ich mit dir türkisch rede. Na, sie drohen ihr ja auch nicht damit, dass sie sie ausweisen, wenn sie die Artikel nicht kann. Oh Gott. Wie wurde die Idee geboren, Passagen aus Hitlers Mein Kampf szenisch zu lesen und dann zu kommentieren in Ihrem Programm Nachlass eines Massenmörders? Sie sagen, ich klinge so vorbereitet in meinen Antworten. Ihre Fragen klingen aber auch vorbereitet. Naja, es wäre ein Skandal, wenn ich mich nicht auf Sie vorbereitet hätte. Warum nicht? Wir könnten doch einfach so aufsprechen. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre für uns beide, glaube ich, ganz wunderbar. Aber der Hörer soll ja auch noch ein bisschen... Da wette ich mit Ihnen. Was? Die Hörer würden das lieben. Machen Sie die nächste Sendung mal so. Sie treffen jemanden einfach spontan. Ich finde, das ist inklusive der Missverständnisse und Katastrophen, die entstehen, viel spannender als vorbereitete Dinge. Was heißt denn spontan? Also ich wüsste nichts von Ihnen, außer, dass ich zum Beispiel in Ihr Programm reingeschaut habe. Oder was wäre für Sie spontan? Was interessiert Sie denn an mir? Also warum bin ich Ihr Gast? Woher kennen Sie mich? Ich habe Sie tatsächlich im Video gesehen. Warum? Warum? Weil mir das ein Freund erzählt hat. Der hat gesagt, den musst du dir mal angucken. Der hat irgendwie einen an der Waffel. Aber auch ganz spannend. Und ich bin jetzt ehrlich. Da kommen wir jetzt hier. Aber das ist doch das Schöne an unserem spontanen Gespräch. Das finde ich gut. Und dann habe ich mir sie angeguckt und habe ein großes Maß an Beklemmung empfunden. Weil mir das zu heftig ist, ja. Also ich bin kein Weichei, aber ich dachte mir so, ich mag mich so nicht anreden lassen. Das ist wie gestern. Da habe ich mir einen Tatort angeguckt und habe mir gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Jetzt gehst du wieder ins Bett und hast einen Albtraum. Mach es halt nicht mehr. Und es war aber so die Anziehung des Grauens. Und dann habe ich mir noch ein Stück angeguckt und noch ein Stück von Ihnen und bin da immer mehr reingerutscht. Und da habe ich mich dann für den Menschen interessiert. Ja. Ja, ich habe nicht wegen Ihrer Antwort hm gesagt. Ich habe nachgedacht. Wurscht. Ich habe über Sie nachgedacht. Ach, jetzt bin ich interessiert. Was kommt jetzt? Seien Sie noch spontan. Das wird immer besser. Jetzt sind wir schon bei der Reprise. Sie haben über mich nachgedacht. Was kam dabei raus? Ja, wenn Sie einen Tatort gucken, obwohl Sie ängstlich sind, habe ich gedacht, warum gucken Sie dann den Tatort? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, da können wir zusammen drüber nachdenken. Das ist auch die Antwort auf die Frage, die Sie mir gestellt haben. Warum ich irgendwann Hitler gelesen habe. Hitler hat genau das gleiche wie der Tatort, den Sie gesehen haben. Und zwar eine spannende Beklemmung, die Angst erzeugt, die aber auch Anziehungskraft hat. Und diese Anziehungskraft und mit dieser Beklemmung spielerisch umzugehen, diese Anziehungskraft erst mal gelten zu lassen und damit spielerisch umzugehen, ist ja ein Tabu. In Deutschland auf alle Fälle, in anderen Ländern aber auch. Und das war meine Idee. Ich habe überlegt, wie kann man sozusagen diesen Horrorfilm, den Sie gesehen haben, in die Gegenwart transportieren und wie kann man ihm durch die Konfrontation den Horror nehmen. Und ich glaube, das ist gelungen. Ich glaube, das ist tatsächlich gelungen. Es war nicht die Banalisierung, die manche mir vorgeworfen haben. Es war auch nicht die Vorführung dieser Bestie, wie andere gesagt haben, sondern es war eine dezidierte Auseinandersetzung, an deren Ende stand, dass wir verstanden haben, warum wir das lesen wollten und warum Sie den Tatort geguckt haben. Wer ist denn jetzt hier der Psychologe von uns beiden? Beide. Wir therapieren uns aneinander. Das ist ja wunderbar. Wunderbar. Die Sitzung ist dann bald vorbei, ne? Och nö. Ne, nein, Quatsch. Immer wenn es am schönsten ist. Kommen Sie denn zu meiner Aufführung in München? Wenn Sie mich einladen. Sie sind hier mit eingeladen. Dann komme ich. Ich spiele im Zirkus Krone. Ist das eine gute Location? Das ist super. Ja, zweimal sogar. Ja, also zweimal Zirkus Krone, das ist amtlich. Dann hat man es geschafft. Dann hat man es geschafft. Dann hat man es geschafft. München ist ein hartes Pflaster. München hat auch unberechtigterweise einen schlechten Ruf. Ich finde, München ist eigentlich eine coole Stadt mit sehr liberalen Leuten. Ja. Aber es gilt so unter uns Kabarettisten die unausgesprochene Regel, München ist ein hartes Pflaster. Und wenn du da vier, fünfhundert Leute bekommst, dann bist du der King. Und zweimal Zirkus Krone sind, glaube ich, zweimal 1800 Zuschauer. Ja, das ist amtlich. Ich bin der Oberking. Und Sie sitzen in der ersten Reihe. Wirklich? Wenn Sie wollen. Ja. Na, wenn Sie wissen, was das bedeutet, dann kommen Sie mal. Sie dürfen mich natürlich nicht ansprechen. Das ist ganz klar. Ansprechen ist das Letzte, was ich mache. Ja. Okay, anbrillen auch nicht. Ich muss die Daten sagen. Die Zuschauer werden Sie sonst massakrieren. Nee, Sie müssen die Daten nicht sagen, weil ich habe die Daten. Das ist der siebte Mal, der achte Mai. Schauen Sie mal, ich bin vorbereitet. Perfekt. Am Tag des Kriegsendes. Und weil wir aber nicht genug kriegen, wir Bayern, sind Sie auch noch am 4. Mai in Nürnberg in der Meistersingerhalle. So, jetzt gucken Sie mal. Kompliziertes Date, ne? Erst in Franken, dann in Bayern. Und Nürnberg ist auch so eine Stadt. Gilt auch als sehr, sehr schwer. Die Franken sowieso. Ich bin mal gespannt. Ich finde, Sie tun gerade alles dafür, dass die Menschen total offen in Bayern zu ihren Aufführungen kommen. Ja, also bitte. Toleranz ist ja, dass man aushält, dass andere Leute andere Meinungen haben. Außerdem habe ich gesagt, gilt und nicht ist schwer. Ich komme noch mal zu Nachlass eines Massenmörders zurück. Sie haben das vorhin so dargestellt, als wenn Sie schon klar gewesen wäre, was Sie damit lostreten. Ich habe aber gelesen, dass Sie einen Journalist angerufen hat, ich glaube vom Spiel, Wurscht, der gesagt hat, Ihnen ist schon klar, das, was Sie da lostreten, kriegen Sie so schnell nicht mehr weg. Jaja, das war auch so. Ich habe die Theorie Ihnen eben geschildert und meine Wunschvorstellung zusammen natürlich mit dem Wissen darüber, was passiert ist. Aber am Anfang, bevor ich vor dieser Auseinandersetzung stand, war mir überhaupt nicht klar, was passieren würde. Im Gegenteil, ich habe sogar eher gedacht, dass es langweilig ist, weil ich kannte ja die Lesung von Helmut Qualtinger, der das in den 70ern schon gemacht hat und diese CD, die Doppel-CD Helmut Qualtinger liest mein Kampf, die konnte man mit Mühe und Not bei 2001 bestellen, also so einem alternativen Verlag. Das heißt, es gab da nicht so große Nachfrage. Es kam natürlich bei mir tatsächlich A hinzu, dass sechs Jahre nach der Wiedervereinigung ein ganz anderes politisches Klima herrscht in Deutschland. die Nazis im Osten, aber nicht nur die, auch im Westen, waren auf dem Weg zu einer neuen, manchmal sogar etablierten Kraft zu werden, wie in Sachsen. Es kam hinzu, dass ich als Türke das gemacht habe, was ungewöhnlich war, denn den Türken, so wie ja auch in der Grundschule, stand immer so eine eigene Kunstform zu. Das war damals noch, ich weiß nicht, ob Sie Knobi-Bonbon kennen, das sind zwei türkische, Muhsin Omurja und sein Kollege aus, ich glaube, Ulm waren das, die waren die Ersten und die haben dieses typische Kanakentheater gemacht. Komm in deutsche Land, hier Arbeit und so. Und es dauerte noch eine lange Zeit, bis dann Leute wie Kaya Janar oder Bülent Ceylan kamen, die sich zwar nicht etabliert haben von diesem Klischeebild des Türken, die in dieser Kiste eigentlich auch stecken geblieben sind, aber die zum ersten Mal auch bei Deutschen großen Erfolg hatten. Und das war natürlich bei mir nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich als Türke nicht bei meinen Leisten geblieben bin, sondern gesagt habe, nee, ich identifiziere mich so sehr mit diesem Land, dass ich bitte auch an der Aufarbeitung der Geschichte teilhaben möchte und deswegen nehme ich mir das Recht, mich mit Hitlers meinen Kampf auseinanderzusetzen und da kam dann dieser besondere Clou, dass viele auch sagten, Mensch, gerade weil er Türke ist, macht er das aus einer viel unbefangenderen Position heraus, was ich nicht ganz richtig finde, aber okay, ich habe es genutzt. Das hieße, das Programm wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn Sie Deutscher wären? Das ist so die Standardfrage, die wird oft gestellt. Nee, nee, das meine ich gar nicht respektierlich. Viele sagen, Mensch, wenn ich das als Deutscher machen würde, ich finde, das hat immer so, ohne es Böse zu meinen leicht rassistischen Unterton, wie ich Deutscher darf das nicht, weil du Türke kriegst ja Rechte, die wir nicht haben. Das ist so ein bisschen dieses Opferding. Ich weiß, dass viele deutsche Regisseure Filme über Hitler gemacht haben. Ich weiß, dass viele Schauspieler Hitler gespielt haben und sind sie deswegen abgewertet worden? Im Gegenteil, Bruno Gans, Helge Schneider, ich könnte Ihnen jetzt eine lange Liste aufzählen. Im Gegenteil, es ist fast schon wie ein Orden, den man sich ans Revier heftet, wenn man in Deutschland einmal Hitler gespielt hat. Die Nazi-Szene, wie ist die auf, jetzt wollte ich gerade sagen, auf Sie zugekommen, das ist natürlich von mir Blödsinn. Mit offenen Armen. Einer davon leicht angewinkelt. Wie war da das erste Zusammentreffen? Also wann haben Sie gemerkt, oh, das hat aber, das hat auch Bedrohungspotenzial? Ich habe das erste Mal diese Gewalt gespürt, die ja heute viel roher geworden ist durch die Vervielfältigungsmöglichkeiten des Internets, als der Spiegel dann mein Interview veröffentlicht hat und am nächsten Tag etliche Redaktionen bei mir angerufen haben. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das für eine Gewalt ist eigentlich, die auch in der öffentlichen Wahrnehmung liegt und in der Meinung, die sich viele Leute plötzlich bilden konnten über ein Projekt, das ja noch gar nicht fest war. Da habe ich schon gedacht, oh weia, nicht, dass das die Falschen anzieht, denn mit jedem Artikel, der erschienen ist, wurden die Reaktionen auch mehr und heftiger und unberechenbarer. Das ist heute noch viel schlimmer, das ist heute viel unmittelbarer und auch unkontrollierbarer. Wenn ich heute beispielsweise bei Anne Will sitze und wir haben eine Sendung über Uli Hoeneß, dann müssten Sie mal die Briefe lesen, die ich bekomme. Da wird Ihnen Angst und Bange. Da ist ein Tatort nichts gegen. Also heute fühlen sich viel mehr Leute auch dazu herausgefordert, ihre Meinung, so drastisch sie auch ist, kundzutun und schreiben einem dann auch wirklich freche Briefe. Damals war das ein bisschen diffuser und deswegen haben wir dann bei der Polizei angerufen. Ich habe dann gefragt, ist das gefährlich, kann ich das machen? Die Polizei hat gesagt, keine Ahnung, wir können gerne Streife fahren. Ich weiß nicht, wie viele gefährliche Situationen ich so überstanden habe, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Und irgendwann war es dann tatsächlich so weit und es war in Potsdam, das weiß ich noch. Ich habe in Potsdam häufiger gespielt. Es gibt einen legendären Auftritt, den ich mit Kugelsicherer Weste gemacht habe, am 30. Januar 2001. Aber es gab davor auch schon einen in der Landesbibliothek, der war ein oder zwei Jahre vorher. Und da rumpelte es irgendwann an der Tür unten. Wir waren in der ersten Etage, das ist häufig vorgekommen bei dieser Tournee und wir wussten nicht, was passiert da gerade. Ich, während ich gelesen habe, konnte sowieso nicht aufstehen und mein Begleiter ist dann eben runtergespurtet und ich sah an seinem Gesicht, na, irgendwie ist es nichts Gutes, was da gerade passiert. Ja, und dann waren Nazis da, die wollten die Veranstaltung überfallen und wir haben es geschafft, die Veranstaltung noch zu beenden und ich bin durch den Hinterausgang raus und am nächsten Tag haben wir in der Zeitung gelesen, dass es ein, ja, Überfall war mit beträchtlichen Auswirkungen. Ein Auto kaputt, zwei Leute verprügelt, ich habe da Glück gehabt. Wie in vielen, vielen anderen Situationen auch. Es kam nur später hinzu, dass ich ein Gespür dafür entwickelt habe und vorsichtiger geworden bin. Auch mal die Idee, das zu lassen und aufzuhören? Nein, 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 nein. Das geht nicht mehr. Das können Sie nicht. Wenn Sie einmal das angefangen haben, dann wird das zu einem Trotz. Denn Sie merken ja, dass Leute versuchen, Ihnen etwas Elementares zu verbieten, nämlich Kunst zu machen, sich auszudrücken, kreativ zu sein, eine Meinung zu haben und dagegen gibt es kein anderes Mittel, als es auszuhalten. Sie haben 2000 auch weitere Lesungen mit Ausschnitten aus der Sportpalastrede von Josef Goebbels gemacht. Unter anderem auch, das fand ich ganz spannend, vor ehemaligen Häftlingen des Konzentrationslagers Buchenwald und Sachsenhausen. Das hatte ich ja damals auch schon gemacht. Das war eine Fortsetzung. Es gab in der Mein Kampf-Lesungs-Reise unterschiedliche Phasen. Die erste Phase, die sehr naiv war. Ich habe einfach nur ausprobiert, was passiert, wenn ich das lese. Die zweite Phase, in der ich unbeobachtet war, um Erfahrungen zu sammeln, wie zum Beispiel in Potsdam. Und dann die dritte Phase, in der ich so der gefeierte Held war. Der Typ, der die Nazis besiegt hat, der durch den Osten fährt und Mein Kampf vorliest. Das waren drei sehr unterschiedliche Phasen und parallel zu dieser Entwicklung entstand etwas für mich, was ich sehr wichtig fand, nämlich eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser ganzen Thematik, Kenntnisse, die ich mir erworben habe, Argumente, die ich kennengelernt habe, Diskussionen, die ich geführt habe mit Fachleuten. Ich habe Leute kennengelernt, die seit Jahren im selben Gebiet forschen und recherchieren, die dieselben Frustrationen, wie ich erlebt habe zum Teil, aber auch dieselben Erfolge kannten. Und immer wieder mehrten sich die Argumente, die Vorwürfe, die gleichen Argumente, auf die man Antworten finden musste, wie zum Beispiel, wie darf man über Hitler lachen? Standardfrage, kommt heute noch im Jahre 2015, darf man über Hitler lachen? Oder andere Frage war, was sagen Opfer dazu? Oder ist das nicht ein bisschen einfach, einen Text zu lesen, der verboten ist? Dann kommen ja sowieso Leute. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, diese Argumente nehme ich jetzt ernst, ich mache jetzt noch eine Lesung und wir nehmen einen Text, der nicht verboten ist. Und dann gucken wir mal, ob dieser Text die gleiche Wirkung bei den Menschen erzeugt. Und es gibt einen Text, der nicht verboten ist, den können Sie überall lesen und kriegen, der Text der Sportpalastrede von Josef Goebbels, 18. Februar 1943. Ja, und den habe ich vorgelesen und die Reaktionen waren fast die gleichen. Unkenntnis, Baff, Verblüffung. Wie, sowas steht da drin? Nein, das gibt es doch gar nicht. Das wussten wir alles gar nicht. Und dann wird die Frage natürlich viel legitimer, warum wusstet ihr das nicht? Konnte man das überhaupt nicht wissen? Denn 18. Februar 1943, das ist nach dem Winter von Stalingrad, da war Deutschland in einer sehr schlechten Situation, in einer sehr misslichen Lage. Nicht nur Deutschland, das Deutsche Reich, muss ich dazu sagen. Und dass die Leute das nicht mitbekommen haben sollen, dass Goebbels den da ein Bären aufgebunden hat und versucht hat, die letzten Kräfte zu mobilisieren für einen Vernichtungskrieg, dessen Ende feststand, das ist eine Mär, die ich aufklären wollte, unbedingt. Wir haben die Menschen, die am furchtbarsten unter diesem Regime eben gelitten haben, aus den Konzentrationslagern. Wie haben die reagiert? Sehr dankbar und immer dankbarer auch heute. Ich bekomme heute neben vielen Drohbriefen auch sehr viele sehr zusprechende Briefe, besonders auch von Menschen, die das KZ überlebt haben, beispielsweise, die heute noch Diskriminierung erfahren oder die mich als ihren Fürsprecher sehen gegen Diskriminierung. Und darauf bin ich stolz. Ich merke tatsächlich, dass meine Arbeit Spuren hinterlassen hat. Ihr Publikum, wer kommt da so? Sind das Jüngere, Ältere? Ist das ganz gemischt? Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Es war letztes Jahr, ich bin ja jetzt fast ein Jahr nicht mehr auf der Bühne gewesen, aber ich kann mit Stolz sagen, dass ich einer der wenigen Künstler zu sein scheine, die bundesweit, also wirklich in allen unterschiedlichen Regionen, ähnliche Zuschauerzahlen haben und auch eine ähnlich unterschiedliche Zusammensetzung des Publikums. Ich bin im Fernsehen nicht so präsent. Ich bin jetzt nicht Mario Barth oder Bülent Ceylan oder Atze Schröder und trotzdem spiele ich mittlerweile zweimal Zirkus Krone. Das sind 3600 Zuschauer. Das ist so, ja, fast Bundesliga eigentlich, was Kabarett angeht. Mehr Leute kann man in so einen Kabarettabend gar nicht mehr reinnehmen. Und das hat was damit zu tun, dass die Zuschauer mit mir zusammengewachsen sind. Ich bin ja damals mit der Mein Kampf Lesung in Osten in jede Schule, habe dreimal am Tag vor Schülern gespielt, aber auch im Westen lange Jahre wirklich fast nur vormittags, mittags und nachmittags gespielt. Und diese Leute sind jetzt gewachsen. Die sind jetzt 32, 33, haben studiert und die erinnern sich an mich und die sagen, hey, guck mal, der Somunju, den gibt es immer noch und die kommen. Und es sind nicht nur diese Leute, es sind auch ihre Eltern, es sind ihre Kinder zum Teil. Ich sehe manchmal so Hip-Hop-Kids mit 14, 15, die in der ersten Reihe sitzen und da Bock drauf haben, denn das Programm ist eben sehr, sehr vielfältig und unterschiedlich auch wahrzunehmen. Ich habe noch ein Füllhorn-Anfragen, aber die werde ich... Ich dachte, Sie sind jetzt weg, da war so eine Lücke, dachte ich, jetzt kommt so ein Gong, 12 Uhr, die Nachrichten. Vielen Dank, was Sie mir alles unterstellen, das ist wirklich interessant. Zwischendurch muss ich mir das gönnen, auch mal nachzudenken über das, was Sie da alles reden. Okay. Hat sich denn Ihr Eindruck verändert oder bin ich noch viel schlimmer geworden? Seien Sie ehrlich, bitte. Ich glaube, Sie haben so das Gefühl, dass ich mit so einer totalen Anti-Haltung auf Sie zugegangen bin, oder? Der Typ hat einen an der Waffel, ist ja schon mal ein bisschen schräg, oder? Sie haben zu mir gesagt, ich soll... Nee, der Freund hat das gesagt, Sie haben es ja nicht gesagt. Ihr Freund hat das ja gesagt oder ihr Bekannter. Ja. Sie nehme ich in Schutz, Sie waren ja nur geködert. Vielen Dank. Der musste das natürlich auch entsprechend verkaufen, dass sich die Tante von den Medien da mal überhaupt noch irgendwas anguckt. Also insofern. Nein, ich finde die ganz bezaubernd. Ich kann mich jetzt noch eine Stunde mit Ihnen unterhalten. Unser Date steht. Zwei Tage München. Nur Sie und ich. Ich bin da, Herr Sumundschuh. Wie spontan sind Sie privat? Manchen zu spontan. Manchen aber auch zu wenig spontan. Ich bin zum Beispiel, wenn ich reise, mag ich überhaupt nicht mich festlegen. Ich mag am liebsten morgens aufstehen und dann abends wissen, wo ich bin. Manchmal bin ich aber sehr unspontan. Ich bin zum Beispiel ein sehr ordnungsliebender Mensch. Ich wiederhole noch mal ordnungsliebender Mensch auch in dieser Betonung. Bei mir ist alles geordnet. Die Schubladen, der Teppich liegt gerade, der Tisch steht genau zentriert da drauf. Und wenn jemand diese Ordnung stört, gibt es richtig Ärger. Ich weiß, Sie sind vom Sternzeichen ja Zwilling. Sind Sie aszendent Jungfrau? Ich sage immer ja. Sie haben keine Ahnung, was ich hier rede, weil ich den Sternzeichen völlig egal sehe. So habe ich früher Frauen angemacht. Ich habe immer gesagt, ich bin Sternzeichen, habe geguckt und gesagt, Schütze. Ja, genau, Schütze. Und dann am nächsten Morgen habe ich gesagt, du, ich bin übrigens Widder. Und sie hat gesagt, war aber trotzdem geil. Sehen Sie? Also ordnungsliebend. Das ist ja wiederum sehr deutsch. Ja, das ist der deutscheste Teil an mir beziehungsweise das Klischee des Deutschen an mir. Und Pünktlichkeit. Oh weia, das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Haben Sie ein Problem mit Klischees? Ja, wenn Sie einen belästigen und wenn Sie einen zu sehr anheften, ja. Verstehe ich überhaupt nicht. Warum? Weil ich Klischees einfach nur eine Belabelung eines tatsächlich dastehenden Faktes empfinde. Also wir Deutschen sind gern pünktlich. Punkt. Nee, die Schweizer sind pünktlicher. Punkt, Punkt. Okay. Das Klischee ist ja nichts anderes, kommt ja aus der Druckersprache, ist ja nichts anderes als eine Passform, in die man was reinsetzt. Und manchmal passt man eben nicht in so eine Form. Aber dann kann man ja ausbrechen aus dem Klischee. Oh, das kommt drauf an, aus welchem Material das Klischee ist. Wenn es eine Überzeugung ist, ist das sehr schwer. Da haben Sie wiederum recht. Mensch. Wie poetisch, ne? Es ist auch schön, sich mit so einem intelligenten Menschen auszutauschen. Ja, ganz meinerseits. Also Sie sind ja Wahnsinn, habe ich nicht erwartet. Und das in Bayern. Ja, nee, ist klar. Wo die Leute noch mit den Fingern essen und schlachten. Natürlich, da sind wir wieder. Und wo wir natürlich nur Lederhosen und Dirndl tragen. Nein, nein, nein. Selbstverständlich. Ich mag ja Bayern sehr gerne, weil das wiederum das Klischee des Deutschen ist für uns, die hier hinkommen. Und als Kinder sind wir immer durch Bayern durchgefahren, wenn wir in die Türkei gefahren sind. Mussten wir bis Passau, was weiß ich. Und das fanden wir unheimlich spannend. Ja, immer noch geblieben. Also wenn der Bayer das Klischee für den Deutschen ist, dann tut mir das leid, weil ich habe es mal letztens wieder gedacht, ich war wieder in einer bayerischen Traditionsgaststätte. Und da gehört es ja zum guten Ton, einfach mal angeranzt zu werden mit der Bedienung. Und in dieser guten Traditionsgaststätte sind am Tag, glaube ich, 4.000 Japaner, 8.000 Italiener und 7.000, keine Ahnung was. Und wenn die mit diesem Bild vom Deutschen an sich nach Hause fahren, Halleluja, Heimatland. Ja, gut. Aber wissen Sie, was ein Kürbis ist? Ja, klar. In Köln. Das ist der, der das Kölsch bringt, ne? Genau. Und der macht ja das Gleiche. Mein Onkel aus Istanbul war mal zu Besuch und dann habe ich ihn in so eine Kneipe mitgenommen und dann hat er gesagt, ich hätte gerne eine Cola. Dann hat der Kürbis gesagt, du hast so einen Arsch, auf der Kölsch kannst du gehen. Und dann wollte der den einen auf die Fresse und ich habe gesagt, nein, das ist Kultur. Wie, was? Das ist Kultur? Ja, der spielt nur, dass er unfreundlich ist. Wobei ich mit dieser Kölsch schon direkt an Art komme, ist komischerweise besser zurecht. Ist das so? Ja. Das ist ja eh bei Deutschen. Sie sind ja gar nicht aus Bayern. Ich schätze, Ihre Eltern sind irgendwie aus, keine Ahnung, Sudeten-Deutschland oder so. Stimmt's? Nein. Meine Mutter ist tatsächlich bayerische Schwäbin gewesen. Die kam aus Augsburg und der Papa aus dem Ruhrpott. Das sehen Sie. Okay, dann sind Sie halb, halb. Halb, halb. Ja, also nochmal zu den unfreundlichen Deutschen. Ich finde gar nicht, dass das unfreundlich ist. Ich finde, das ist direkt. Und solange es nicht mit einem Fundamentalen, mit einer Ablehnung verbunden ist, ist das auch okay. Okay. Und glauben Sie es mir, wenn Türken über Deutsche nachdenken, also so einfach und simpel, wie manche Deutsche über Türken nachdenken, dann denken die das ja an Bayern. Oder Österreicher. Österreicher sind für Türken die echten Deutschen. Ach so. Ja. Da müssten wir dann mit dem einen oder anderen Türken mal noch was klären. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Nein, nein. Bayern sind doch gute Deutsche. In erster Linie sind wir alle Menschen. Das ist ja das, was unterm Strich bleibt. Ja, okay. Sagen wir es so, ganz salomonisch und friedvoll. Das muss ich jetzt, weil mir läuft die Zeit davon. Schade. Lassen Sie uns doch einfach überziehen. Der Jauch darf das doch auch. Ja, aber ich bin halt nicht der Jauch. Ich bin halt nur die Teile. Soweit zur Spontanität. Aber umso, ja, an mir liegt es nicht. Umso schöner war es. Ja, für mich auch. Vielen Dank. Also Mundschuh. Wir sehen uns in München. Ja, sehr gerne. Freut mich. Ich freue mich auf Sie. Ja, bis bald.